Musik Mama freut sich schon so lange auf die Besichtigung einer Schuhfabrik, die für Wamos Schuhe herstellt. Und heute haben wir es dann endlich geschafft. Philipp war so nett uns zu fahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Am meisten interessiert mich, wie Schuhe designt und entwickelt werden. Der Geschäftsführer Herr Becker führt uns persönlich durch den Betrieb. Herr Becker, was sind das denn für lustige Schuhe? Meine Damen, das nennen wir Hütchen. Hütchen, witzig. Da werden die Modelle aufgemalt. Ganz genau. Unsere Designer zeichnen ihre erste Idee, die sie haben, auf diese dreidimensionale PVC-Shop. Und anschließend, wenn wir den Schuh produzieren wollen, wird so eine technische Zeichnung, ein Grundmodell dieses Schuhs erzeugt. Und anschließend im CAD-Programm technisch ausgearbeitet. Und das hier, das sind die tollen Leder. Die sind ja ganz weich. Ganz genau. Die Qualität des Leders ist gut für den wichtigen Schuh. Entscheidend. Ganz genau. Und wir kaufen den überwiegenden Teil unserer Leder auch in Italien ein. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass hier noch so viel von Hand gearbeitet wird. Was wird denn hier gemacht, Herr Becker? Nach dem Stanzen der Oberlederteile werden die Teile hier von der Stepperin zusammengesteppt. Darf ich? Selbstverständlich. Das ist eine Ferse. Ganz genau. Sie werden jetzt auch noch sehen, wenn wir durch die Produktion laufen, dass bei uns noch sehr, sehr viel Handarbeit an den Schuhen dran ist. Und um diese Handarbeit zu verrichten, braucht man natürlich sehr qualifizierte Mitarbeiterinnen. Das sind doch jetzt auch die Schuhe, die wir unten in der Modellabteilung gesehen haben. Ganz genau. Stimmt, das ist genau das Muster. Jetzt werden wir es noch ein paar Mal sehen. So, jetzt sehen wir hier den nächsten Arbeitsgang. Vorhin haben wir ja gesehen, wie die Schuhe eingenäht worden sind. Hier wird hier erst gedämpft, werden also warm gemacht. Und jetzt anschließend eingeleistet, sodass der Schuh dann seine entsprechende Form bekommt. Und wie viele Arbeitsschritte sind das dann insgesamt, so pro Schuh? Das können bis zu 120 Arbeitsschritte pro Modell sein. Das ist ja unglaublich. Und man sieht immer wieder, wie viel Handarbeit an solch einer Schuhproduktion ist. Und immer wieder die entsprechende Qualität, die die Mitarbeiter benötigen dazu. Ach, der ist ja der fertige Schuh. Der ist ja wirklich wunderschön. Und in meiner Größe. 5 ist gleich 38 und weite H. Gibt es eigentlich alle Warmusschuhe in verschiedenen Weiten? Ja, Warmuss verfügt über ein sehr großes Mehrweitensystem. Es sind insgesamt 11 unterschiedliche Weiten, die Warmuss anbietet. Und 23 unterschiedliche Schuhgrößen. Voll. Herr Becker, ich habe mal eine Frage. Bei meinem Pumps zu Hause, da ist am Absatz das Leder so eingerissen. Und ich bräuchte den Schuh eigentlich am Wochenende. Kennen Sie vielleicht jemanden, der sowas repariert? Ja, ich kenne eine sehr gute Maßschuhmacherei. Herrn Meister Rosario Schivoli. Der arbeitet auch im Bereich der Schuhreparatur für die Firma Warmuss. Bei dem können Sie Ihre Schuhe bestimmt reparieren lassen. Ach, das ist ja toll. Dann geben Sie mir doch bitte die Adresse. Das wäre ja super, wenn das klappt. Gebe ich Ihnen gerne die Adresse. Moni, schau mal. Sind die nicht schön? Ich wünschte, ich könnte sie gleich kaufen. Naja, das sind zwar noch Schuhe der unveröffentlichten Frühjahr-Sommersaison. Aber, weil Sie heute so sympathisch waren und der heutige Tag so viel Spaß gemacht hat, können Sie die Schuhe gerne kaufen. Auch Sie, Frau Hohenfels. Vielen Dank, Herr Becker. Das ist so nett von Ihnen. Dann kann ich die Schuhe gleich anlassen? Mama, ich glaube, jetzt müssen wir los. Philipp wartet bestimmt schon. Vamos? Vamos! .